So, ich bin angekommen und wer dazukommen möchte, der darf mir gerne Bescheid geben. Wie sieht's denn überhaupt aus? Das wächst alles noch. Kohle haben wir hier noch in der Mache. Das ist gut. Genauso wie jede Menge Metall. Würde zwar gerne, muss arbeiten. Vielleicht ein andermal. Wir haben ja öfter mal den Spiegelmittwoch. So. Und falls wir dann heute nicht... Also so gesehen, heute wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir ein bisschen endlich mal auch gärtnern. Da haben wir vielleicht nicht alle Bock drauf. Ansonsten, wir können ja noch ein bisschen was bauen, weil wir haben ja auch noch unseren Hafen, der gemacht werden will. Und falls man richtig Langeweile hat... Hä? Und falls man richtig Langeweile hat, wir haben hier oben noch ein Silbervorkommen, wir haben hier irgendwo noch eine Höhle. Wie könnte man sich heute noch genehmigen? Das Ei scheint ja jetzt nur komplett weg zu sein, da holen wir uns dann neue Eier, ich weiß auch schon wo. Du bist nur in der Lederzeit, du weißt. Ja, das hast du dir selber ausgesucht. Da, ähm, weißt du, das ist, äh, ja, das ist dein Pech. Wenn du mitspielen willst. Ich war mir nicht so sicher, ob das ein allgemeines Ding war, dass du gar nicht mehr mitmachst oder, oder ob das... Einfach, ob du einfach nur einen neuen Charakter spielst, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, das, äh, war ja deine Entscheidung. Und ich wusste das nicht, das, äh, sagst du mir jetzt erst. Also, wenn du so mitmachen möchtest, ne, bist du immer noch willkommen. Aber wie gesagt, ähm, war unnötig. So, da ist die Silver. Äh, ich guck mal ganz kurz. Bist du auch schon im Koop? Nee. Willst du da überhaupt heute rein? Ich weiß das gar nicht. Hihi. Wenn ich nur ein Dach-Dach mache, habe ich denn... Habe ich denn Oya-Shin? Warte mal. Ganz kurz, ich will was ausprobieren. Nee. Schade. Ah. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Ah, zu weit. Ups. So. Du bist im Discord, alles klar. Moment. Tatsache, da ist sie. Guten Morgen. Oh, das war laut. Sorry. Alles gut, Sekunde. Ich muss dich leiser machen. Und guten Morgen auch an deine Zuschauer. Du bist ja auch gerade live, ne? Ja, seit fünf Minuten oder so. Also wenn man den Starting Soon beiseite lässt. Oh, schön. Wie geht's dir so am Mittwoch? Ja, die Nacht war wie gesagt viel zu kurz. Ich bin um viertel vor sechs geweckt worden. Drei Stunden vorm Wecker. Das war ein bisschen mies. Oh, wie fies. Ja, dementsprechend. Ich habe meine erste Kanne Kaffee auch schon fast wieder leer. Puh. Ah, schön fleißig am Trinken. Ja, komm. Wenn man seit vier Stunden wach ist, sind solche drei Tassen aber nichts. Das stimmt allerdings, das stimmt. Okay. Ich habe eine Verbesserung eingefügt diesmal bei mir im Stream. Und zwar habe ich jetzt Discord als getrennte Audio-Source-Quelle, dass das losgelöst ist von Valheim. Hm. Und es sollte nie wieder einen Hall geben. Uh. Das ist sehr cool. Jetzt muss ich nur Feedback meiner Leute bitte aus meinem Stream, ob der Audio so in Ordnung ist für euch. So, schön wieder bei dir zu sein, Lilly. Hallöchen, guten Morgen. Oder gute Nacht, besser gesagt. Nee, es ist tatsächlich Morgen, glaube ich. Oh, guten Morgen. Yay. Also, die Sonne müsste bald aufgehen. Der Mond ist, äh, irgendwo. Irgendwo. Kurz über den Horizont oder so, keine Ahnung. Aber das mit den, mit den Tonspuren ist ein guter Hinweis. Das muss ich auch noch machen. Guten Morgen, Mr. Bale. Good morning, Mr. Bale. Ja, jetzt bin ich schon am Deutsch sprechen drin. I'm already talking German, sorry. Ich glaube, das versteht er schon noch, oder? Ja, das denke ich auch. Er lernt sehr fleißig Deutsch. No. Ähm, Lilly, ich habe dir diesmal kein Geschenk mitgebracht. Sehr gut, weil steht in den Regeln, Leute, ja, keine Geschenke. Außer, es ist halt irgendwas, was hier vielleicht schon existiert, aber es ist absolut kein Muss. Ihr müsst mir nix mitbringen. Ja, und Waffen und Rüstung und alles. Hauptsache, ihr könnt es reparieren, dann ansonsten ist die Stufe auch wurscht eigentlich. Ansonsten, weitere Regeln stehen bei mir im Discord. Genau, und in den Commands. In den Commands auch. Ja, richtig. Genau. Ich habe dir aber trotzdem etwas mitgebracht. Weil es dir gehört, und ich habe es letztes Mal im Inventory vergessen gehabt, also ist es nur ein Zurückgeben. Ups. Ja gut, die hätte ich jetzt nicht vermisst, du. Weiß ich, aber als ich das bei mir gesehen habe, ich so, hör, wo kommt denn die her? Oh, das ist noch Lillys. Dankeschön. Gerne. Mal gucken. Im Zweifel machen wir so zur Kohle, ne? Thor ist ja spendabel, der macht das schon. Ja. Weil von denen habe ich tatsächlich zwei Stück, aber wir haben auch noch die aus Bronze, ich habe halt die aus Eisen, und da kann man, glaube ich, noch so ein bisschen... Ja. Kann man was zurückgewinnen. Ja. Oder immer lassen, weil es auch mal praktisch, wenn man einen neueren Besuch hat, der noch gar nichts hat. Exakt. Also, Herr Radoreg, wie sieht es denn jetzt nur bei dir aus? Außer, dass du jetzt einen Charakter hast, der auf Leder, äh, gerade, auf Lederstufe ist. Juhu, Lederstufe! Lederschlumpf. Lederstrumpf. Lederhosen. Heldenden Lederhosen. Wie, wie, wie hieß der Film? Äh, Heldenden Strumpfhosen. Heldenden Strumpfhosen, verdammt. Also, kein Leder. Ja, müssen wir halt doch alle in blau rumlaufen, dann. Ich glaube, die sehen eher aus, die Strumpfhosen, oder? Die Trollhaut? Ich weiß es nicht genau. Schon lange nicht mehr angehabt, nur nie drauf geachtet. Du kommst mal vorbei. Okay. Er kommt mal vorbei. Das ist fein. Ich weiß, muss mich erst mal wieder hier zurechtfinden. Hallo, dude. Leder Smurfs. Leder Smurfs, yes. Hi, Mr. Barlow. How are you? On this beautiful Wednesday. Einen guten Morgen, Bermutch. Also, Lilli, Respekt für die Ressourcensammlung, die du mittlerweile hier hast. Naja, das mit dem Silber, das haben wir ja letzte Woche gemeinsam gemacht und ich habe alles nur eingeschmolzen und bisher noch nicht verbraten. Und das Eisen, ja gut, waren halt zwei Krypten. Aber es ist ein ordentlicher, äh, Vorrat. Weil man kann was anfangen. Definitiv, ja. Aber ihr habt ja, hast ja selber gesagt, man sollte mal viel. Und außerdem, come on, es ist ein Spiel, da sammelt man eh, massig Sachen an. Auf jeden Fall. Und das Eisen brauchte ich auf jeden Fall für mehr Truhen. Aber dafür brauche ich auch noch mehr vernünftiges Holz. Weil hier ist noch so viel ungeordnetes Zeug. Ich glaube, Kohle kriegt man eine eigene Truhe. Ah, hier kommt dann das Lager hin. Ich verstehe. Ja, weil wir haben jetzt hier mittlerweile, äh, vier, äh, Teile Obsidian. Wir haben ja hier die Kristalle, da hätte ich auch gerne noch mehr. Ja, ja, ja. Wenn man einmal in den Sammelwahnsinn kommt, ne? Ja, Sammelwahnsinn ist furchtbar. Ich habe Pokémon gesammelt, also, erzähl es mir nichts. Ey, ich sag dir, weißt du, ich habe ja auch schon Minecraft gespielt, da sammelt man auch wahnsinnig viel. Da ist das Lager, was ich hier habe, ein Scheiß dagegen. Ja, Aber da hast du auch viel mehr. Ja, aber da hast du auch viel mehr Gegenstände und alles, also. Ich würde mal eben bei meiner Bude gucken gehen, wie da der Stand ist. Und, wenn gleich ein paar Mitspieler noch da sind und wir was unternehmen, sag Bescheid. Alles klar. Ich sehe aber auch dein Stream und Chat, also, seid ihr Mädels heute alleine? Ne, Aradorik kommt auch gerade dazu. Einen Moment, ich schicke ihn mal rein. Hallo. Hallo. Da ist er ja. Na, wie geht's? Guten Morgen. Ohaio gozaimasu. Ja, soweit ganz gut. Falls ihr irgendeinen Rauschen im Hintergrund hört, das ist nur der Ventilator. Alles gut. So warm bei euch gerade? Ja, ich habe knappe 27 Grad bei mir in der Wohnung. Oh Gott. Uuuuuh. Das heißt, demnächst kriegst du Besuch und kriegst einen Ring auf den Kopf geworfen. Wahrscheinlich, ja. So. Kalten, großen Kochtopf nehmen mit kalten Wasser füllen und Füllen und Füße rein. Das hält kalt. Klingt auf jeden Fall gut. So, was mache ich denn jetzt? Genau, ich brauche noch ganz viel Edelholz. Das heißt, ich werde ja erst mal ein paar Eichen fällen. Hallo, Asbrand. Hallo, Reino Rick. Na, wie geht's? Seine Hütte steht noch, ja, die habe ich nicht gefällt. Okay. Oder wolltest du halt komplett hier neu anfangen? Ich weiß halt nicht, was dein Plan war. Hallo? Ja, mal sehen. Oh, Triller. Hallo, Bruder. Zerdaimer. Lily's Paintjob ist immer noch da. Graffiti. Ah, schön. Pixelart. Ist das Pixelart, ja? Äh, jein. ich habe die Tage Smilies als Pixelart an Wände gemalt in einem anderen Spiel und deswegen muss ich immer noch daran denken. Ah. Äh, good morning, fliegender 8th year. I hope you are doing well. Mr. Barlow, I think now you can shout out Evie. Ähm, wo wir gerade das Thema Pokémon hatten, mein Stream ist ja ein bisschen auf Pokémon getrimmt und deswegen haben wir einen eigenen Shoutout für Evie, das süßeste Pokémon, das es gibt. Awww. Und ein anderer befreundeter Streamer, Rob Das Music. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Er hatte einen Pokémon Challenge und er hat Pokémon Karten zu den Leuten gezogen und da wurde ich als was gezogen? Evie. Richtig. Awww. Ich habe gerade mit einer Eiche einen Grauzwerg erschlagen. Ab einer Eiche gefällt es gerade voll über den Grauzwerg gerollt. Voll cool. Und er starb dabei. Ach, sagt er, der Grauzwerg zur Eiche, da bin ich aber platt. Oh, Echo? Echo, Echo, Echo. Wo ist jetzt mein Baumstamm? Wo ist der andere? Hallo? 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 Ah, da hinten. Das ist aber weit gerollt. Schiech. Äh, Eradurek, magst du dich noch für andere Spieler sichtbar machen? Oh. Und? No. Wobei es ja einige süße Pokémon gibt. Ja. Eigentlich war es auch nicht mal das Favorite Pokémon von mir. Das ist ein anderes. Ich habe einen Treubesuch. Aber Ground is Shaking. Brauchst du Hilfe? Ähm. Ich bin eigentlich mal faul und mache nichts. Sie dürften theoretisch nicht zu mir rankommen und mich nicht angreifen können. Also sie greifen auch nicht meine Wand an, obwohl sie in der Wand stehen. Okay. Cool. war hier ein bisschen Trollleder wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da wir sind ... Oh, scheiße. Okay. Was? Ach. Eingangstor ist ein bisschen kaputt. Ich würde gerne vorbeikommen. Ich hätte gerne das Leder. Du hättest gerne das Zeug? Ich hätte gerne das Leder. Ich habe dadurch, dass ich ja zwischendurch mein Zeug verloren habe, musste ich eine neue Trollrüstung machen und entsprechend ich habe zwar noch ein bisschen was, aber es sind halt nur noch neun Leder. Damit kann man nicht mehr viel anfangen. Na dann. Hier sind es zwei ja. Das Event ist allerdings auch schon wieder zu Ende. Also dauert es nicht mehr lange, bis sie die spawnen, glaube ich. Dann sollte ich vielleicht aufhören, Pilze zu sammeln, aber die stehen hier gerade so günstig. Ja, ich beschäftige sie. Yay! Ich bin sofort da. Ich habe... die Ausdauer ist im Eimer. Ganz toll. So muss das sein. Man kommt an und kann nichts machen, weil die Ausdauer weg ist. Ich schieße ihm in den Rücken. Oh, kann ich nicht. In den Poppes. In den Poppes? In den Poppes. Ich glaube, oben sind sie ein bisschen empfindlicher. Ne, doch nicht. Ist nicht. Kein Runde. Headshot hilft schon mehr als Body Shot. Ist schon richtig. Ich versuche hier mal zu dir zu drehen. Boom. Einer noch. Super. Und da unten steht noch einer. Ja, aber der steht ja da richtig günstig, da kann man ja richtig ordentlich. Also außer, dass er mit deinen Steinen wirft, die er wahrscheinlich da aus der Wand nimmt, aber... Meine Wand! Lass meine Steine in Ruhe, du Troll. Voll ins Ohr. Nochmal ins Ohr. Ja, komm. Ohrpüßeln. Oh, Bögen auf Stufe 19. Da war er aber auch mal besser. Meine Güte. Ja, ich bin gestern ein paar Mal gestorben, deswegen Block Skill ist bei mir gerade auch wieder scheiße. Ja, mein Fass. Super. Schlafen gelegt. Und dann war das nur ein Pärchen in den Flitterwochen, weißt du? Nein, die wollten sich hier mein Land und Gut aneignen. Das war Hausfriedensbruch. Okay, hast du recht. Da hast du mal. Und sie haben ja meine Tür jetzt kaputt gemacht. No, warte, da unten lag noch Holz von dir rum. Ja, ich habe hier auch noch Stuff. Was kann ich und darf ich tun? An sich kannst und darfst du alles. Es ist halt, wie gesagt, nur mit dem, das war halt letztes Mal halt nur, dass eben so viel gespoilert wurde und das hat mich gehalten. Wie gesagt, der Esel ist ja eigentlich nicht gewesen. Oh, das war meine Knudeln. Den Knudeln? Manni-Knudeln. Manni-Knudeln. Ah. Auch Schweine brauchen die Liebe. Das stimmt. Zu voll, zu voll. Was wird denn da draußen noch repariert? Ein bisschen was vom Dach. Da oben liegt doch noch was drauf. Und ein bisschen Fundament war noch kaputt. Deine Brücke habe ich ein bisschen repariert. Müssen hier noch, hier muss noch, hier muss noch Boden rein, ne? In die Brücke. Äh, da war immer mit Absicht eine Lücke. Äh, die eine hier vorne oder die direkt an der Tür? Ähm, die von der Tür entfernt gelegenere. Genau. Und die von, bei der Tür, da war halt auch noch eine Lücke und die habe ich gerade mal eben zugemacht. Dankeschön. Ja, bitteschön. Äh, und dann kriegst du hier den Rest wieder. Juhu. Von Holz. Erstmal wieder aufräumen hier. Danke, Lilly. Gerne, gerne. Ich habe zu danken, dass wir die jetzt zusammen doch noch platt gemacht haben. Ich habe wieder ein bisschen Leder fürs, fürs Lager. Und Gold. Ein bisschen Geld. Theoretisch kannst du mein Gold hier auch haben. Das benutze ich ja nicht. Ja, im Moment wüsste ich halt auch nicht, wofür, aber danke. Wir könnten das ja so als gemeinsame Sparkasse machen und, keine Ahnung, beim Händler noch irgendwas holen, was ihr noch gebrauchen könnt. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Sorry. Wo du das gerade meintest. Äh, äh, Hashtag not sponsored. Schön wär's. Aha. Aha. Äh, hier ist so unordentlich. Worauf hättest du denn Lust da, Radori? Gibt's was, was du machen möchtest? Äh, ähm. Im Moment hab ich keinen Plan, was ich gern machen möchte. Beste Voraussetzung. Ah, komm. Kriegen wir schon was sehen. Weil ich hab jetzt jetzt auch nicht so viel geplant, ne? Das ist jetzt hier leer so. Mal gucken, was heute kommt. Und wer Essen braucht, äh, der, der sagt Bescheid, ne? Also mein Kühlschrank ist leer, aber den meintest du jetzt nicht, oder? Nee. Okay. Ach, super. Ja, sieht wieder schick aus. Kann man mal machen. Aber so gesehen, ich hätte jetzt hier, ich hab jetzt, ja, seit, seit, seit letztem Stream, wir haben jetzt also, wir haben jetzt hier Eiscreme, ja, wir haben hier Augencreme, wobei die Augencreme klingt nicht wirklich nach Eis. Ähm, wir haben Dörfleisch, also Wolfsdörfleisch, theoretisch. Da könnt ihr euch dann gerne bedienen, wenn ihr wollt. Ich hab noch ein bisschen Suppe und ein paar Würstchen. Also, wer was zu essen braucht, ne? Gerne herkommen. Wolltet ihr nicht noch ein bisschen Silber suchen? Das können wir auf jeden Fall auch noch machen heute, ja. Aber ich bin doch hier. Wir können gerne Verstecken spielen, also das ist kein Problem. Das ist ja auch geil. Wobei, weißt du, wenn wir Verstecken spielen wollen, da müssten wir ja eigentlich nur für andere Spieler sichtbar ausmachen und dann können wir uns suchen wie blöde. Ja, das gibt's ja. Man kann ja auch Tech spielen oder Capture the Flag. Ja, ansonsten, wir haben auch noch ne Eishöhle. Falls ihr da also Bock drauf habt, dann können wir die heute auch noch nehmen. Oh ja, Fledermaus. aber ohne mich dann, bitte. Oh. Weil sich die Fledermaus wahrscheinlich schon mal kurz anhustet und dann, hm. Ich muss mich mal mit Valheim auseinandersetzen, man kann doch irgendwie wahrscheinlich sein, alles Zeug, was man wahrscheinlich gelöscht hat, wiederherstelle, so wie ich das mitgerät habe jetzt. Oh Mann, das wäre cool. Ähm, was für gelöschtes Zeug? Äh, Seed, Charakter. Ah, die Datenbanken, die alten Spielstände. Ja. Ah, okay. wäre das stimmt. War kurz irritiert, was du meinst. Bermutsch fragt, ob du nackig gekommen bist, Aradorik. Nee, in, äh, Lederrüstung. Also mit neuem, neuem Charakter, Lederrüstung. Genau, also er ist heute auf jeden Fall mit einem neuen Charakter aufgetaucht. Na, wir können ja erstmal Aradorik helfen, ein bisschen auf die Füße zu kommen. Das können wir auf jeden Fall auch machen, ja. Wie er möchte. Machen wir auch noch mal mit, wäre wahrscheinlich keine blöde Idee. Ja, was ich einfach nur denke, hier. Ähm, Oh Gott, reicht überhaupt der Honig? Ich hoffe. Rostmäh haben wir ja auch noch ein bisschen da, also da könnt ihr euch dann auch gerne. So. Alles gut? Ja, ich muss nur über Mr. Bale schmunzeln. Oh, was macht er denn? Ach, Trollen. Müssen wir den jetzt auch mal abschießen? Oh Gott, doch ein Troll. Nein, 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 So. Ich habe getan, was ich tun wollte, ich komme zu euch. Um Frieden und Chaos zu stiften. Frieden und Chaos? Ja. Schöne Mischung. Ich liebe es. Warum habe ich eigentlich Tiefenumschärfe? Das kann ich dir nicht sagen. Tessellation? Hä? Also was die, die, äh. Okay, jetzt. Ich glaube, ich mache das mal so, dass ich von jedem Ding eins übrig behalte. Bei den Äxten auch. Ein Hammer haben wir noch. Ein Schild. Du hast nur noch einen Hammer? Du hattest Kisten voller Hammer. Was ist mit denen passiert? Äh, die sind zur Kohle verarbeitet worden. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, muss, ne? Wenn man zu viel hat, muss man halt ein bisschen aufräumen hier. Äh, Lederrüstung hätte ich übrigens auch noch. Oder, oder, oder Trollrüstung. Da kannst du dich hier gerne bekleiden. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Von allem irgendwie zu viel. Hallo, Asbrand. Ja, ist der Asbrand? Mhm. Wenn ich's richtig ausspreche. Ja. Passt schon. Passt schon. Das geht so. Wenn wir am nächsten Tag irgendwie Schweinchen oder Trolle für dich jagen sollen, sagst du Bescheid. Okay. Ich spiele gerne Verteidiger-Paladin, also könnt ihr euch aufs Machen konzentrieren und ich halt euch einfach mal die, äh, Rücken frei. Oh, das hat mich erschrocken. Für das ganze Zeug nur zwei Kohle. Ich bin etwas enttäuscht. Ja, der muss richtig, richtig voll sein damit. Da auch mehr rauskommt. Da war so viel Zeug drin. Nicht genug für Thor. Ja, scheinbar. Aber sonst, weißt du, wenn du irgendwie so, 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 diese, diese, äh, Brechbären und sonst was verkohlt, weißt du, da kriegst du einen ganzen Haufen. Sehr gut. Brechbären bin ich aber auch immer gerne am verkohlen. Ah ja. Kann man dich neu einkleiden? Äh, meine Lederrüstung ist auf drei. Nur gleiche Bogen. Ein Bogen. Du kannst ja noch einen Bogen üblich hast. Ja, haben wir. Definitiv. Beide Stufe 4, welchen hetzten gerne. Und du darfst hier gerne die Leder, also hier oben in der Eintruhe, da sind die Bögen, kannst du einen raussuchen und du kannst dir hier gerne auch die Troll-Lederrüstung nehmen. Da habe ich auch zwei. Ich habe einen auf Stufe 3 und einen auf Stufe 4. Da kannst du dich dann gerne bedienen. Hab noch Bogen. Oder die Kupferrüstung. Die Kupferrüstung hätten wir auch noch. Ach, eine Troll-Lederrüstung ruht. Okay. Denke ich mir doch mal. Bestimmt. Auch. Und ich verbrauche jetzt doch schon die Eisenpfeile, weil wir haben ja jetzt die Feuersteinpfeile, die sind ja besser. Das wird etwas, was ich noch nicht wieder richtig sehen kann, weil es schon wieder zu dunkel ist. Lilly, können wir schlafen? Ich bin müde. Mimimi. Ja, wenn wir. Algarit, warum bist du noch nicht müde? Ist schon spät. Mimimi. Sandmännchen ist schon gelaufen. Ah. Guten Morgen, Skirr. Willkommen und auch Happy Odins Tag an dich. Wie geht es dir? Guten Morgen. Und Cheers. Ich habe einen Kaffee zum Gute Nacht. Prost. Ich kann jetzt mal einen Tee trinken. Hm? Magen hat sich beruhigt. Der hat jetzt doch beschlossen, na gut, ich nehme das mit, das Frühstück mal an. Das ist schön. Ja. Wäre auch schade drum. Es war so ein leckerer, so Fisch in, Fisch in, äh, Tomatensauce, weißt du, so ein... Döschen. Ja. Muss ab und zu mal. Fisch ist okay. Irgendwas stimmt hier doch schon wieder nicht. Oh, na gut. Ich bin sehr gespannt, was du hier tust. Das weiß ich auch noch nicht, Lilly. Ich habe einfach noch mal drei Stacks von dir an Holz genommen, weil ich gesehen habe, du hattest noch. Ja, sehr gut. Ich will ja sowieso hier noch ein bisschen, äh, Holz sammeln. Ja, ich werde auch gleich noch ein paar Eichen nachpflanzen. Weil ich brauche dringend noch, äh, Edelholz. Damit wir mehr Tonen herstellen können. Mehr Eisetruben. Dann haben wir mehr Platz im Inventar. Okay. Ich mag die Hütte. Wirklich mal, kommt die an, da drüben brennt ein Feuerchen mit der Hütte. Ich finde die so schön. Ja, gell.